Moin Moin, Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ups, Entschuldigung. Psychonauts 2. Und wir stehen vor diesem Gehirn-Super-Nasen-Weiß-Gerät. Und werden das jetzt benutzen. Ah, da stellen wir es an. Und werden schauen, was passiert. Okay. Ich habe das Gefühl, ich werde etwas schweres Geschäft kommen. Bin ich sicher, dass ich bereit bin? Klar. Ich bin bereit. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Oder auch nicht. Es hat dich lange genug gemacht. Es funktioniert immer noch. Natürlich funktioniert es. Otto über-Engineers alles. Kruller, ich glaube, das ist das schönste, was du mir gesagt hast. Otto, du bist gut gebetet. Ford, du bist so wie dein altes Selbst. Nun, einige Dinge sind klar für mich jetzt, die vorher nicht waren. Aber komm, da ist viel zu tun. Ford! Ford, ist das wirklich du? Cassie, Compton! Und Bob! Ich bin... ich bin... Ich bin froh, dass alle von euch wiedersehen. Was ist Nick von der Mail-Runde hier? Das ist eigentlich Helmut Fulbeer's brain in Nick's body. Ich liebe es eine große Entrennung. Sieht wie Fulbeer. Er ist in da, gut. Aber wo bist du? Uh, du willst das nicht wissen. Ich habe dich so viel, Fulbeer. Ich habe nie gedacht, dass ich alle zusammensehen. Na ja, fast alle. Ich bin froh. Fantastisch. Dann muss ich gerne haben. Oh Mann, das ist das. Seid auch noch mal! Ich bin froh. Alle bereit? Jetzt, dieser Hunker-Junk wurde von Auto-Mentalis gemacht. Also, es gibt keine Ahnung, was könnte passieren. Oh, was kann ich sagen? Ich war unterfunden, dann. Aber wenn alles gut geht, wir können unsere liebige Freund Lucretia zurück in den Zirkel. Für gut. Jetzt, bist du bereit? Kind of. Ich auch, Kind. Was macht sie da draußen? Da gehen sie alle da rein? Oder nur die beiden? Kannst du ja sagen, dass es nur die beiden sind? Flofort! Flofort! Augustus, Donatella, Dion, Frazee, Rasputin, Myrtala, and little baby Kweeepie. Und der wichtigste Teil der Familie ist, der hier der ganze Zeit ist. Nona Aquatto! Nona Aquatto! Just in der sie liegt, in der Herkunft der Familie. Was ist das? Ist eine Konstruktion der Menschenkümpel, für Lucy. Für die Verwöhnung, dass sie ein Großartiger war und sie leben mit dir. Komm her, jetzt ist Zeit, um sie rauszukommen. Ja, ja. Hm, wie Mohammed ist das? Eww, was hast du in den? Ich weiß nicht, sieht aus wie ein Pudel of Goot. Mit einem Masken in mir. Hast du nicht gesehen, mein Bruder? Er war nur ein Sekunden hier. Oops. Ah, hier ist er! Oh, naja, Raz! Es ist Showtime! Okay. Bist du besser mit dem, Raz. Wir wollen nicht die Konstruktion unternehmen, bis wir die Situation kontrollieren. Ich arbeite bei Nona. Not. Ja. Ja. Hey, wo soll ich denn hin? Das ist der einzige Weg, wo wir lernen können. Ruhig auf den Ball, Raz. Ach, ich soll auf den Ball rauf. Okay. So, ich mach mal den Ball. So, ich mach mal den Ball. So, ich mach mal den Ball. Ach so, ich mach mal den Ball da rüber. Ach so, den muss ich ja oben rauf packen. Okay. Oder sehe ich das falsch? Ja, ist glaub ich richtig, ne? Aber wir müssen den Ball da hoch bringen. Okay, warte mal. Versuchen wir's mal. Oh. So, vielleicht. Uiuiui. Haha, ja. Haha, ja. Das ist mein Junge. Endlich. Oh, gut Junge. Oh. 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 Und jetzt. Jetzt frag ich, wo ich zählen muss. ist er da hoch wahrscheinlich Zeitanhalten hier Wir müssen mehrere kleine Aufgaben lösen. Okay, wir müssen wahrscheinlich mehrere kleine Aufgaben hier lösen. Das ist natürlich auch nicht so schlimm. Rund und rund die Runde geht. Will Crazy kill her Papa? Niemand weiß! Dieser Nugget sagt mir, take me away. Die einzige Sache, die ein Kind stammt, ist, wenn es ohne eine Anrufe passiert. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte rankommen. Jetzt können wir jedenfalls wieder Leben. Das habe ich vorher nicht mehr gehabt. Jetzt können wir Leben verlieren. Das ist natürlich gut. Wir müssen rüber zum Rad der Gefährdung. Aber komm ich denn hier links rüber? Vielleicht. Wer weiß. Nur eine Art Weg, um herauszufinden. Rund und rund die Runde. Wie geht die Show? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Oh, sie werden es schnell ausgerichtet werden. Du hast das BALANCE-BALL-Akt. Außerdem, dass du süß, diese Dion ist so sicher als ein Mann. Ok, erklär uns nochmal alle Aufgaben, die wir haben. Hast du gesehen, dass Kweepi die Wege verlassen hat? Es ist so, dass er alle Muskeln in der Familie hat. Es ist immer noch viel Spaß, mein Junge. Das einzige, was ein Kind und ein Kind stammt, ist, was passiert, ohne einen Knie. Dann hier rüber? Nein, das ist halt dumm. Ah, warte, das ist doch nicht dumm. Komm mal rein hier. Die Flut von Grulovia. Don't waste gaza. Help us. Oh. Alle tot. Ok. Das kann natürlich jemanden sauer machen, kann ich verstehen. Oh, es gibt doch gar nicht. Nochmal. Round and round the wheel goes. Will Crazy kill her Papa? No one knows. So. So. Be a big girl and throw knives down. I just... I just don't feel good about it after last time. Anywhere. Okay. Okay, easy. Not now, last. I'm trying to get the nervous dad down. was wir hier machen aber ja geschafft ok 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 all the children are safe now i will show you my little secret come with me to the high dive so what's the secret it's on the top of the ladder no no we haven't had a high dive in the aquato family circus for years you know curse you know the more i think about that curse the more i think it's a lot of gravels knock now get up there and i will and i will and i will and i will No, no, what are you doing? Getting out of here and you're coming with me. No, no. Oh, no. What am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? Ab in die Schokotasse. Huh? Ford, our circus didn't have a quilting area. I didn't make this. I created that two-bit flea circus to make Lucy forget who she was. But it looks like she escaped. Come on, Crowley. Stinky dam is over this way. Wow. Okay. Okay. Na gut, wir müssen den ganzen Weg laufen. Ist auch wieder nett. Oh, hier ist der Steamer-Trank-Tag. Okay, warte mal. Ähm. Ist auch wieder ein abgefahrene Wäldchen, ne? Schon abgefahren, das stimmt. Da sind sie. What's this? It's Lucy and your father. Oh, this must be one of the first real memories she formed after the astrolase procedure. Your father was put into an orphanage after his parents were drowned. I locked Maligula away, deep in Lucy's mind to make Lucy herself again. And then I got your father out of that orphanage, buried some of his more traumatic memories and brought him to her. Why? Well, they were both all alone in the world. The only family, the other had left. Nice little little Gassi. Let's keep moving. Wait, wait. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. ich will wieder ganz gut leben warum man kein leben verloren hat bei den bossen gerade eben oder aber im letzten folge das weiß ich immer noch nicht habe ich auch ein bisschen abgefahren ok schloss damit lustig stehen die beiden wieder schloss Ich habe mich selbst, nachdem ich aus meiner Leben weggekehrt bin. Good Familie, excellent balance, sehr flexibel. Keine Angst, keine Angst. Keine Angst, nicht wie du. Hey, Crowley. Lucy, bitte! Oh, ich bin ein Spiegel auf, ich bin dum. Okay. Wie viele Dinger man einsammeln kann, ne? Überleg mal, der einen waren fast dran, das Stück. Und jetzt sind hier wieder auch wieder 106. Na, du warst mir das Pamphlet zu Whispering Rock Psychic Summer Camp? Du bist der Grund, warum ich ein Psychonaut bin? Well, es ist einfach, dass du auch crazy bist, aber du bist so ein Nerd mit den Comic-Bögen. Hey, True Psychic Tales ist ein grafisch, non-fiction, Periodical. Some part of you knew you were living a lie. You sensed Raz's power. You thought he could help you. Oh, I don't know, Crowley. I get so confused sometimes. Usually I was happy, just so intense, and stretching the children, telling them to stay away from the water. Then I feel too... so sad. And just when I was about to figure it out, everything would start to unravel. I forgot how much I hate this place. This is it. This is where I locked up Maligula. Behind that dam. We need Dawnlight and draw Maligula out into the open. Then we'll combine our powers and direct the astrolabe to blast open a pit into the deepest part of her mind. Why don't we just, you know, blast Maligula? Maligula is a part of Lucy's mind. A primitive part that may have helped her early ancestors survive. We all have our own Maligula Rasputin. We just know how to keep it locked up down below. Okay. You can secure the area while I keep Lucy calm. And we should be able to unlock this dam together. Marmer. I hope to keep eating Open in the air. Well, guys. Okay. Oh, ich kann hier noch ganz gut leben, ja? Oh. 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 Ich muss wissen, was dieser Bewegung ist, bevor ich ihn ausfüllen kann. Ich denke, ich muss herausfinden, was ihn ausfüllen kann. Warum kann ich nicht mit dem Klärvoranz benutzen? Ja, da. Los. Okay. Mal sehen, was diesen schlechten Mohnen ist. Ah, okay. So, der ist wieder froh. Wir haben alles befreit. Jetzt geht's los hier, oder was? Great job, Rez. Now, open that locket, and we'll use the Astrolabe to blast it. I need the purse tag here. Almost have it. I just need to focus a little longer with my clairvoyance. This guy needs a Duffelback tag. This hatbox needs a hatbox tag. I need to go to the top. I need to go to the top. Okay. Hmm. I need to go to the top. It's a locket. It's my sister. Marona. Na, äh, ich will, aber, aber, äh... Hilf mir, die Astrolade-Rasputin fokussieren, schnell! Feuer! Oh, oh! We might have made a mistake. I think we made many mistakes. But now, we're going to face them. Kommt sie da jetzt? Ja. Ich war jung, scared and alone. But now, I'm only one of those things. Oh, we've grown. Let's hope the Astrolade can make a deep enough pit. Don't worry for it. I'll be right here beside you! Okay. Was ist passiert? Wieso bin ich weggeflogen? Got him, Himmel. Heh, cool start. Got him, Himmel. Jackpot! Bullseye! I felt her. Maligula. I know the identity of the mole. That's incredible, Sasha. Well, I had mechanical assistance, which you didn't need. Agents, we have a security breach in the Green Needle Gulch. She's here. It's okay. You're safe. What happened? We were... You were obviously in distress, so I pulled you out. Is that... her? I told you he was up to something out here with his girlfriend. Maligula. That's not his girlfriend, you little snitch. I'm his girlfriend. My God! Oh, yeah. Funny story. That's not really Nick from the mailroom. I know that. But why? Doesn't matter. I'll take it with me when I take her. I'll take it with you. Was müssen wir jetzt machen, ist die Frage, ne? Das finden wir raus. Und zwar direkt beim nächsten Mal. Denn hier macht es jetzt keinen Sinn, weiterzumachen. Sonst glaube ich nämlich, die nächste Runde wird wieder ein bisschen länger gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei und bis dahin. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.